das war das denn das war kein würfeln ja manchmal so was gewürfelt aber wenn ich würfel dann sage ich rechtlich und dann sechs so oder noch 1 was auch sonst hier besonders schnell sie hat bestimmt so klopfen klar das darf ich auch wieder einzubürfen aber das war mir nicht und 2345 jawohl da ist die 1 es wird besser 2 jawohl da war da schon drei drin jawohl Ja, ich bin. zurück wegnehmen gehe nicht über los ich wünsche mir auf jeden fall ein wanderer mit der pink auf zählt das kippe das ist minimal eine kippe was machst du denn da oben du alter grabbler die hände auf den krabbeler abgefällt aber stimmte sechs naja Oh, hallo, das gibt's nicht. Wow. Oh man ey. Oh, da mal. Hey, ja, ja, nicht mit dem Rock. Die Figuren haben noch unten immer dieses Loch, habt ihr euch da früher die Dinge auch immer an der Lippe gedrückt? Nee. Oder an der Zunge, genau, an der Zunge, ja. Ja, ja, ja. Nicht so. Nee, nee, die haben unten kein Loch. Ja, die haben noch immer so ein Loch. Und dann macht man sich so aufgezogen. Weg. Was? Ey, nein, nein. Das ist der Fall. Aber siehst du hier, hier, Kopfatom, da ist kein Loch drunter. Nee, ist kacke. Ja, ich weiß. Es gibt auch eins, genau, das sind die aus Holz. Äh, wo ist er denn? Die aus Holz haben keinen Loch. So, Herr Kopfatom oder Kribu? Achso, einmal bin ich noch, ne? Ja. Äh, na super. Nice. So. Wird spannend, das wird. Ja. Ich hätte so viel Geld dafür bezahlt, um den sechsten Krieg. Ich habe so den Knopf bereit gehalten. Nehmen die den Zielknopf, den Paperknopf? Ne, wegnehmen. Verdammt. Oh. Es ist weiter dran. Oh, sag mal. Oh, sag mal. Und ich krabbel auch ein bisschen weiter. Was kann ich nix? Nein! Wegnehmen, wegnehmen, wegnehmen! Das kommt von deinem Krabbeln. Das gefällt dir. Wegnehmen, wegnehmen, wegnehmen! Noch besser. Das war ein super Wurf. Ja, aber mega. Langzeigefinger hier bei mir. Sehr bloß. Hihihi! Hihihi! Hersenn! Hersenn! Mach das mal nach! Hersenn! So, ma. Ich war, ich glaub ich gerade verarschen, also warte, ich fühlte mich ... HNSW und HNSW. Ähm ... dass ich einfach gekommen ja wenn man die einst man braucht es wird lehrer auf dem platz hier besser wird lehrer nachwelt ja vielleicht kam aus dem himmel geh mal weg also ich bin da habe es abgehauen er hat meinen schreibtisch geprüft ja doch ich geh schon ab und zu mal raus also So, mitnimm. So ein paar Sechsen, wenn ich es nicht... Denk ich mir auch gerade. Ja. Neckentempo an Ziel. Alter, hallo! Hast du ein Brett oder was? Oh. Nein, du Fokze. Ups. Wo ist der jetzt? Ich habe die gerade irgendwie noch ein bisschen weiter ins... ...nach irgendwo geschickt. Jetzt aber. Ja. Jawohl. Hört ihr das Piepen eigentlich? Was für ein Piepen? Was für ein Piepen? Ich glaube, du piepst. Okay, hört ihr nicht. Hast du etwa einen Vogel im Kopf? Nee, 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 nee. Ich habe ja auch hier so einen Sit-Knopf auf meinem Ding, wo man draufdrückt, wenn man irgendwas Schlimmes sagt. Dann sagt man es halt einfach nicht. Darum verstehe ich es nicht. Aber der piept bei euch nicht. Wie, wie, dann sagt man es einfach nicht. Was soll das heißen? Naja, ob ich da draufdrücke, dann sage ich es... Wenn man es wegkippt. Dann müsst ihr automatisch, aber das ist schwierig. Ach so. Du müsst automatisch Schimpfwörter erkennen. Du Sardellen-Fass, du Gewürz-Gurke. Du alte Gewürz-Gurke, du. Du dreckige Gewürz-Gurke. Was soll jetzt hier aber los? Sardellen-Taucher. Mir fällt gerade auf, ich habe den Knopf jetzt ein paar Mal gedrückt, das hört man auf jeden Fall in der Aufnahme. Nein, ist ja egal. Ja, da war es lustig. Piep, 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 piep. Ach so, ich meine noch mal, ne? Das ist... Ich habe nur sechs, ja. Das hat aber auch Flo und Freude... Ja, Flo, Flo war eh noch dran vor dir, ne? Da wieder übermütig hier. Wer ist denn dieser, wer ist denn dieser Flo? So, so dann jetzt. Der KP aus L. Ich möchte aussetzen. Hey. Geht's auch? Obst du den Scheiß MP3, wer bitte da wechseln? Kannst du den auch in der Mitte auf die Steine drauflegen, die da gerade so? Äh, muss probieren. Äh, eins, zwei, drei. So. Ja, was? Wieso ist das schon wieder? Ich glaube, ich muss hier gleich mal die Amy-Kate. Wie machst du das? Ich glaube, die Amy-Kate in der Airport. Wie machst du das? Geh noch mal eine Runde zurück, Chris. Ja, ja, wissen ja, dass du eine 6 hattest, ne? Das glaubt, das glaubt niemand, dass der eine 6 hatte. Hier. Da. Was da? Oh. Ah, fuck of war. Hey, jetzt hör mal auf damit. Ich hab schon, äh, Demonstrationen. Ja, dann lösch ich doch dann auch wieder. Wollte ich doch gerade. Ach, das ist, ähm. Jetzt geht's los, Leute. Rastet aus. So was wollte ich mal gucken, ob wir da drauflegen können? 5 Rosen sind 3 Backfass. So, jetzt aber, Chris. Krivu. Vielleicht sollte das aber einer Flora schmeißen, dann ist das gleich vorbei bei dir, ne? Erstmal will ich hier ein Haus kaufen. Nein. Da ist auch noch Hypothek drauf, geht nicht. Ah, verdammt. Jetzt ist 6, Junge, dann ist alles vorbei. Oder eine 2 von... Ach, hier, geht ja gar nicht so rum. Schade. Warte. Oh, 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 oh. Jetzt. Warte, jetzt. 1, 2, 3. Aber... Jetzt hier Blutfleck auf dem Tisch. Nein, 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 nein. Hahaha. Der Warte, doch, oh, oh, oh. Das wird's. Nein. 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 Hast vielleicht noch, ja, okay, das ist nicht schlimm. Hast vielleicht noch eine Chance, je nachdem, was jetzt kommt, kommt schon 1 oder 2. 1 oder 2. Oh, das ist toll. Ich will mal sehen. Oh, das ist toll. Ich will jetzt, jetzt. Jetzt wird's ver... Jetzt wird's ver... Ich werde auf jeden Fall einmal rausfliegen, das ist klar. Oh, 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 oh. Ich hasse es So, jetzt mal ein bisschen Spannung hier reinbringen Ach nee, ne Jetzt Jetzt einfach geradeaus weiter Nee, das geht ja nicht mit dem Muss ich dran vorbei, ne Ups Ich bin auch noch hinter dir Ja, da habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken Ey, was war denn das hier? Wo willst du denn hin? Was denn? Du musst es hauen Oh, ja, 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 sorry, ich muss den anderen bewegen Ich drehe doch eine Runde Ja, wenn wir machen dürfen oder nicht Ob, wenn man will, glaube Ey, geht es nicht darum, dass man die meisten Runden macht? Nee Das kommt ja auch noch angesessen War denn das hier vorhin? Nee Oh, geht doch vorbei einfach Spannend machen Oh, sie ist gut Ach man Ey, die zwei hätte ich gebraucht So, jetzt Aber hier Hoppi galoppi Oh Was doch jetzt die Scheiß Eins, ich habe die ganze Zeit immer mal den Finger auf Flipp, alter So sind jetzt hängt es an dir Oh nein Kommt auch noch mit dem 5 an Ach ja, das wird der 3 gebraucht, sonst bin ich gleich raus In Crivo Hä, wieso Hau Da war ich noch kurz vor dem Haus stehe Und du bist Oh, ja Ja Was? Seit wann macht er so hohe Zahlen? Ja, hab ich mir aufgehoben für dich Achso Um jetzt gleich dran vorbeizuziehen, weißt du? Ja, kann passieren Huuu Huuu Nein 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 Ja, war wohl nicht so viel raus Ja Ach mein Freund Stapel sie Wollt ihr nicht noch weiterspielen, oder? Kann nicht so lange dauern, oder? Ja Können wir eigentlich noch schnell machen, wir waren es Amy Ich bin Jetzt kriegst du eins, weißt du? Ja Verdammt Oh, ein Glück, ey Echter wird Oh Was soll ich noch mal, ne? Ja, genau Ja Ja Bin ich jetzt noch mal, oder? Ja, weil er ja noch gesetzt hat Ja Jetzt Jetzt Bid ich noch mal? Moment Oh, eine 6 Achso, sorry Oh, das wäre jetzt ärgerlich für den, ne 4 Aha Hä, hättest du rauskommen, gerade, oder? Ach ja Na 5, siehst du Okay, der war ziemlich, oder? Zählte? Ja Okay Ich leg das Ding mal bei, Herr Kopp, von mir hin, da kann man nachher Musik gucken Der DJ DJ Cement, der Wannerwischer Oh, man Oh, man Nee Was machst du denn? Achso Achso Ich kann so oben auf das M drücken, dann kommst du auf die Genres Ah Tilt wins Ich habe jetzt keine Befürchtung mehr eigentlich, ne? Ich muss auch Ja Mr. Turtle Oh Oh, nee, geh doch weg Jetzt eine 6 Ich verrechnen Gib mir eine 5 Okay, eine 3 Und jetzt eine 2 Oh Der Glück, ja, das geht keine herausfliehen Es geht so Nein Oh Oh Der war knapp Nein Ja, die brauche ich Komm, ich tausche, du kriegst da 1 oder 2 Ich glaube, eine 2 Nee Gibt's Ja, wirst du nicht Okay Und am Ende macht's die Amy Ja Hast du schon geöffnet? Äh, ich hab, ich hab, war nix Nein Oh, Mann Oh, wei, oh, wei Schade, dass jetzt keiner mehr werfen kann Ja Musik passt doch perfekt dafür Mr. Turtle ist das Mr. Turtle Okay 6 Du warst noch gar nicht dran, aber gut Was war ich nicht? Nein, warst du nicht, aber Ja, gerne nochmal Oh, nee, ne Das, äh, nee, das ist Jetzt kommt die 2, weißt du Oh Verdient Ja, ich wette, jetzt kriegst du eine 4 Ja Oh Oh Nein Lass mich doch fertig machen hier Ich bin doch nicht, äh Oh Gott Ich bin doch nicht drin Aber dein Gemaltes ist noch da Ja, ja Dass man in den Tischrennern steht Äh Auch Wir sind jetzt nochmal Ey, setz zurück Ich will doch die Eis Ich werde es zwar nicht lesen, aber Äh Hallo Mein Tisch Ja, genau Schummel hier, ne Ach, da hast du ja jetzt Ach, gewonnen hier Ich wollte Ich dachte, ob es geht, wer es letztes Reinkommen